Die Rechnung und mein Wagen. Ach, was haben Sie sich jetzt eigentlich für einen Wagen gekauft? Ein Mercedes. Ah ja, also ich brauche eher was Sportliches, wenn Sie verstehen, was ich meine. Doch, doch. Ich habe jetzt meinen Tief verlegen lassen. Leichtmetallräder, Breitreifen, Leder. Was? Ich habe jetzt meinen Tief verlegen lassen. Räder, Leder, Treifen, Leder. Naja, ich habe da so eine Werkstatt. Ist eben was anderes als so ein Auto von der Stamme. Ich gebe Ihnen mal die Adresse. Nicht nötig. Das ist Ihre? Ja. Aha, auch tiefer gelegt. Leichtmetallräder, Einzelsitze hinten. Wie heißt denn Ihre Werkstatt? Mercedes-Benz AG Stuttgart. Die bauen sowas ab Werk. Oder wie Sie sagen würden, von der Stange. Ach. Ach. Bis zum nächsten Mal. criterium. Öff. Ich bediene. 13 Mon例. Vielen Dank.